Die Strandpromenade ist noch leer, bis auf ein paar Möwen, ein paar Zuschauer und ein paar Gäste. Aber die Restaurants sind auf und es heißt, es gibt Essen. Wisst ihr noch, damals so sah es aus, als man keine Masken tragen musste, am Strand sitzen konnte, Bier trinken konnte. Einfach so. Das Video ist jetzt nicht von früher, sondern es ist von heute. Polen ist offen.